Wir werden uns mal die Notlage des zivilen Konvois anhören, aber erst einmal hallo da seid's und willkommen zurück bei Karros. Wie ist Düsen? Oh ja, heißt das, wir können andere Schiffe zerstören? Das will ich machen. Oh, beschützen. Oh, beschützen. Wirklich beschützen. Oh, ich darf ja nicht so pflichten. Katze und ihre Hilfe. Ah, wieder kommt. Geh ich mit. Schneller bewegen, da nicht verkehrt. Wer würde denn hinfliegen? Schon weit weg. Oh, nicht aufs eigene Schieb schießen. Kitten zu warm geworden. Oh, ich hätte ihn ansteuern können, also so. Oh, ist das blöd. Können wir den nehmen, aber nein, mit Fonster macht's mehr Spaß. Oh, ich hätte ganz schön was abbekommen, obwohl wir ihn nur so minimal gekratzt haben. Schon? Hä? Schon da. Ja. 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 Aber. Überreiche die Krankenzuflucht. Tornert. Bleiben wir es hier. Mehrer. Das war nicht dein erstes Kampf, war es? Wait... Du bist das Eldor? Daron, richtig? Wir haben auf der gleichen Seite. Hier in Nymika. Ich verstehe! Roya breaks the impact. Incoming attackers. Okay. Shit. Still da? Mostly. Wir sind als 30. Wir sind bis 11. Wir sind da. Ich kann nicht den Heimann sehen. Mehr incoming enemies. Die Verkäufe ist... Wir sind unmöglich. Wir müssen ja auch später wieder von hier aus weiterfliegen mit Forster. Dann ist Forster einfach in die Garage geflattert. Ich kann aber auch vorstellen, dass beide einfach so kommunizieren können. Einfach so miteinander kommunizieren können. Teleportieren und so. Wir sind nahe. Hang in da. Tornachthaven. Requesten permission to land. Prison transport. Deactivate weapons. Stand down. Prison? Roya, when did you desert the Circle? When the Rift revealed. The true face of the Prophet is Circle. I still can't let you go. I know. Hey. At least we live, right? Right. I'll dock now. Offenbar müssen wir woanders hin. Wie wird das mit Waffen deactivieren? Hm. Wie sollen wir denn da andocken? Da ist doch nichts, oder? Ah. Soll das Orangen da als andocken? Na doch. Kann man als andock stillisch zählen. Pursa. It's good to be back. Of course. Nara. Multiple ships coming in. The heretics let their guard down. Commence cleansing doctrine. No. They are now under seeker protection. Und wo kommen die denn? Das ist einfach nur eine Käste, die ich gerade mit dem Ritual der Sinne entdeckt habe. Wow. Angriff auf die Schwachen. Wie können wir da reinhangern? Hm. Haben wir was neues bekommen? Ich geh da mal eben rein. Die Zeit haben wir. Beziehungsweise die werden wir uns nehmen. Es gibt ja noch eine... Klaue. Wie hieß die nochmal? Wir haben auf jeden Fall eine neue Waffe bekommen. Ob es die ja noch geiler ist. Die Waffen, die wir bisher haben. Kaum vorstellbar. Aber sollte möglich sein. Nimica Kralle. Genauso hieß das Ding. Feuerrate deutlich niedriger. Mehr Rufschaden. Ah ne. Ist eine langsam schießende Waffe. Die will ich auch gar nicht ausprobieren. Dann bleibe ich lieber beim Wächterhauer. Der ist einfach geil. Mit der Schiffsstruktur sind wir ja mittlerweile auf Anschlag. Genau. Gibt es ja etwas, was nur verbessert und überhaupt nichts verschlechtert, wenn wir es ausrüsten würden. Sieht gerade nicht so aus. Äh, da ist er mittlerweile gerade sehr selten, am meisten die Raketen und dann die Gatling. 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 Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Wir gehen wieder. Ja. Was denn das jetzt hier? Da kommen wir doch auch bloß rein in den Hangar. Äh, ne. Moment, das Symbol, die beiden sind gleich, das ist ein anderes Symbol Was war das denn für euch? Das ist auch eine Hangarstation da kann man auch andocken 3,4 Die Kisten einfach dran geklebt sind Aha, trucht auf einmal auf Das ist die Gegnerschaft, die uns hier versprochen wurde das war ein schlechter Start Da ist ein Scharfschützen, der ist den wir gerade geaktiviert haben den wir jetzt zerstört haben Hör doch mal auf mit dem Scheiß Das war nicht gut Das war auch nicht gut, das hat verdammt 400 gekostet Das Ritual des Sturms hat wieder sehr geholfen Diese Raketen-Error Schön, dass wir ihn gefunden haben Dass er den Weg zu uns gefunden hat Es gibt Ärger Das ist Geschichte Das ist nur noch das dinge Ding kaputt machen Antrieb Ah, andere Seite Boah, sogar der Sublichtantrieb geht hier Andere Art und Antrieb Wobei, da ist ein Kopfschmerz Ah, der hat einen Schild das klebt zu sein der ecke rumpf die reparaturton ist gleich wieder bereit ich habe nix entscheidend ist getroffen ich werde mal dort mal rein ich werde ein bisschen mehr weg da ist es kaputt oh ist schildenergie wieder fast weg der zirkel phantom muss sterben der zirkel phantom muss sterben schilder schilder stern level stufe 5 jawohl gar nicht so lange dauert zurückkennen nö ich mach die jetzt auch platt so lange dauert so lange dauert der behandlungshangar Ich will da nicht zu irgendeinem Hangar, ich will dahin, genau. Es ist ein anderes Symbol. Giftspeer. Giftspeer, Giftspeer, Giftspeer. Raketenwerfer, Giftspeer. Rufschaden. Man, die ganze Ecke. Nach oben auch Schildschaden, aber schießt halt. Näh, ich bin so unglaublich zufrieden mit diesem Raketenwerfer. Könnte vielleicht doch besser sein, aber... Näh. Der übergesprungene... Wow. Oh. Alright, ich glaube, das ist gut. Also, nur Marked Ones show Gifts they can channel as Rites. Yes. Ah, da werden wir uns anfliegen. Die Felder... Da geht's hin. Und hier geht's raus. Ab in die Eiszeit. Nara. Nara. Und hier geht's mit der Ecke. Und hier geht's mit der Ecke. Und hier geht's mit der Ecke. Das Wissen, du hast wenig Zeit, aber wir sind fast am Herzen. Forza. Was? Wenn ich verletze, werde ich nicht allein sein. Ich könnte alle, die mich glauben. Alle, die ich liebte. Relinquere deine Gedanken. Du bist bereit. Wir sind hier. Der Herzen. Ja. Our einzige Weg. Um zu finden und zu stoppen. Um zu Ende, was ich begann. Sieben Jahre vorhin. Das ist Nimico. Dann wollen wir mal. Schneller fliegen geht gerade nicht. Oh. Was mischt der sich denn jetzt ein? Hat nur Schildenergie gekostet. Nur Schildenergie. Einsehlich zu spät sind. Auch leicht trumpf gekostet. featured Ohohohohoho. Dann haben wir Darmine beschmissen. Wo sind wir zwei? Das war zu früh. Die hat sich versteckt. wieder nur schild energie gekostet das war knapp den hätten wir beinahe gerahmt ach der wollte uns gerade anlesern jetzt hat er mir zerstört im ersten anflug was kann man denn da machen? einfach nur zerstören gar nicht mal so schlecht zerstören ist immer deutsch at last Das ist das Ritual. Meine Leben kommt voll in die ganze Zeit. Nur in der Faceless Void will ich die Perfektion. Choros, zu herald in der Zeit der Eterne Frieden. Und ich muss ihn da folgen. Wir beginnen das Ritual. Beschriften mit der SD-Gereisheit. Oh. Das ist nämlich etwas ungünstig. Dann können wir das hier nicht nur mal machen. Können wir jetzt zum nächsten flattern? Einfach so? Na ja, erst platt machen. Okay. Dafür brauchen wir eine Ruhe. Ach, die mit den lindakügelchen wieder. Das ist ja süß. Wie schnell das kaputt geht. Das Gegner schenkt das ja auch. Wo ist hier gerade los? Okay. Hat sich schon gezeigt. Gucken, ob die noch stärker werden von Welle zu Welle. Es wird stärker werden. Und so sind sie. Oh Gott. Ich hab schon. Ladungsangriffe. Juhu. Hä? Ach, da klebt was an uns dran. Ich hab's zu spät gemerkt. Ich wollte nicht sagen. Warum verlieren wir den Konzchen? Ich hülle. Diese Schreie wieder. Vom Schwarm. Die Knitschkugel kugelt sich aber. Gehen ganz schön schnell kaputt. Au. 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 Learn from Stager. The faceless void replete with what we suppress. Our dreams. Our guilt. Our potential. Kommt kein Gegner mehr Jetzt wird's interessant Coole Farbgebung Oh Nara, don't push back, find harmony And flow with the song Formless and untouched Now, I am a pure force Yes, yes, their song shall flow through me, reaching out I can lose it Yes, I can shape it into my prime right I shall control everything The prophet gained a new right here So passing the potential of any other elder Haben wollen, Amanda und dann einsetzen Gegen den Prophet Das neue Ritual Bin jetzt aber gespannt Tastenkombination, alte vier Von der Ritual Die Zeit Ich bin der Naren. Look at her, how pure and powerful she is. Isn't she perfect? No. Because it's... Yes, yes, of course she is. There's nothing suppressed. All her potential, her true strength has surfaced. You want to stop her, don't you? Feel it move inside you. The rage. No, don't shy away, let it breathe. There, you can feed it, isn't it glorious? Nicht zum Spiel by that, Nara. Be true to yourself. Be true. Yes, Nara, yes. Use your hate, your rage. Shatter her. Destroy her. No. She is me. She is a part of myself. Hate will not get me anywhere. I'm done listening to you. I'm a force in the shadows. You are a force in the shadows. I... I'm still... Yourself, yes, you are. Only through us can you attain your true power. And take control of you to use you and seal these tears. Maybe you will spill it, okay. Die Gesichter sind immer noch in deinem Gehirn. Sie projekten nur, was sie damals gesehen haben. Dürfen wir jetzt hier drin kämpfen? Hier sieht es nicht sehr geräumig aus. Oh nein. Ich kann nicht dürfen. Was soll ich denn das ins Visier bekommen? Wir legen gerade keinen Energie. Ich habe die Erde gesehen. Deine wahre Gesicht. Hütte es. Sie hat alles in die Kür. Und ich werde es nie verletzen. Die kommen doch nicht zurückgeflogen. auf die Anomalie was ist denn hier die Anomalie ist das gut in der Wald wird oben in der Mitte abgeht ich glaube nicht weil Präziliens achso hier die Wolke ist ja Quatsch welche Anomalie denn ja das ist nicht gut wenn da was rot leuchtet ich weiß noch nicht in welcher auf die Anomalien ich habe schon versucht die auf sich zu feuern aber das war nicht so erfolgsversprechend doch komm her ah you severed all ties they're gone but the Prophet's presence grew I must face his fate to move on this light pure pain now is God necessary I must welcome it cleansing casting out my shadow our shadows are a part of us casting them outward shatter our souls narah the path is opening faceless can you control them too yes i can trust them oh Bild wiederholrate wo bist du denn das waren gerade nur 32 Bilder pro Sekunde hier geht driften nicht man wo war es nicht so prägernd Bill die Bild wiederholrate ist hier gerade nicht so gut da ist noch einer Bisher ist diese Fähigkeit noch nicht so cool also fühlt sich noch nicht so cool an kommt vielleicht noch das ist all wrong es ist nur eine loszige Friede es ist absoluter Russia I'm still no 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 he realised his failure and it tore him apart the man he was the mentor I revered shattered you could have saved the galaxy miss silence you have no hold hm war jetzt nicht so prägernd ups zwei in der hand in den schwarm mit euch vier sind's noch die uns hier beschießen rumpf geht oh doch jetzt hab ich jetzt gar nicht mehr geachtet also ich hab jetzt zu spät drauf geachtet was der rumpf runter geht das war vorher nicht der fall aber was der mittlere Balken hat ich bin nicht runter aber wir werden ja Boah, was ist denn das hier so schnell? Kann ich doch nicht alle greifen? Also letztendlich schon, das wird es ja, das wird ja irgendwie zu schaffen sein, aber es hört sich gerade nicht so an. Kann sich mehr der Wolken benutzen. Ich denke, die will hier irgendwo hinzuschleudern, einfach nur irgendwo hinweg. Ich höre mich wieder ziemlich am Arsch und es geht weiter. Ja, vielleicht wäre noch uns, kann man gar nicht abschütteln, es sind bloß die Strahlen, die uns erreichen. Jetzt ist es auch schon etwas. Jetzt kann man es abschütteln, es ist aber was. Bis hier ist Schluss. Aber, 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 heilen geht nicht. Kraft einsetzen war aber auch nicht drin, ich war zweitig von irgendeiner Wolke. Das könnte noch etwas länger dauern. Jetzt wird es wieder ganz schön viel. Ich brauche eine Wolke, ich kriege gerade nichts gegriffen. Die Palme ab, das war einfach Müll. Wir machen uns aber gerade keinen Schaden mit diesen einfachen Waffen. Nicht abprallen, kaputt gehen, bitte. Oh Mann, ihr nervt. Wollt ihr den jetzt nirgendwo reinflattern? Oh Mann. Zückt die nicht. Ist nicht gut. Die wollen nicht getroffen werden, ne? Resilienz geht ziemlich an den Arsch. Ach, ich treffe die nicht. Was denn jetzt? Das sind wir so weit gekommen wie bisher noch gar nicht. Und jetzt scheitert es daran, dass ich die einfach nicht noch reingeworfen bekomme. Oh Mann. Verstand verderbt. Das erinnert mich an Dishonored. Und wir auch. Ich würde sagen, wir machen hier eine kleine Pause und versuchen den ganzen Spaß in der nächsten Folge. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.